Mir ist es ein Anliegen, an dieser Stelle noch einen kurzen Hinweis anzubringen. Und zwar, je nachdem, wo ich gerade rumlaufe und was ich gerade mache und je nach Wetter kann sich der Inhalt der einzelnen Folgen meiner Schweden-Dokumentation hier durchaus stark unterscheiden. Und das bedeutet, in dieser Folge sage ich jetzt kaum was. Während in den letzten beiden Folgen relativ viel Gelaber war, das hängt halt immer so ein bisschen davon ab, was halt eben gerade unterwegs passiert. Bei schlechtem Wetter kann ich nur erzählen, wie quasi die letzte Etappe gewesen ist. Wenn gutes Wetter ist und ich in der entsprechenden Stimmung bin, dann kann ich auch ziemlich viel zeigen. Und teilweise gibt es halt so ein paar Sachen, die sollte man auch mal gezeigt haben. Einmal reicht und vielleicht das Ganze noch ein kleines bisschen lustig aufziehen und dann habt ihr es gesehen. Und das muss der Vollständigkeit halber einfach sein. Deshalb werde ich in dieser Episode größtenteils einfach nur mein Lager abbauen. Und das wird auch so ein kleines bisschen lustig aufziehen. Untertitelung. BR 2018 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 Ich kroll nicht, ich kroll nicht, wie du auch strahlst in Diamantenpracht. Es fährt kein Strahl in deines Herzensnacht, das weiß ich längst. Ich kroll nicht, und wenn das Herz auch bricht, ich sah dich ja im Traume und sah die Nacht in deines Herzens rame. Und sah dich lang, die dir am Herzen frisst. Ich sah mein Lieb, wie sehr du ehren bist. Ich kroll nicht, ich kroll nicht, ich kroll nicht. Ich kroll nicht, ich kroll nicht. Ich kroll nicht, ich kroll nicht. Ich kroll nicht, ich kroll nicht, ich kroll nicht. Ich kroll nicht, ich kroll nicht. Ich kroll nicht, ich kroll nicht, ich kroll nicht. Soll du die Wiesn, mein Gott, Jan, Jan, du hättest noch kaum, in die Koste mit der Wiesn. Du hättest du die Wiesn, du hättest du die Wiesn, in die Koste mit der Wiesn. Soll du die Wiesn, du hättest du die Wiesn, in die Wновung mal kann. Es da die Wiesn, des das do vesn, und sie die Wспwinne die Wiesn, Du hättest du die Wiesn, du hättest du die Wiesn, du hättest du die Wiese, du hättest du die Wiesn, du hättest du die Wiese, und sie lider kunna. Untertitelung des ZDF, 2020 Also eben aus der Ferne sah es so aus, als würde mich hier nochmal ein dicker, dicker Fluss und eine Wartstelle erwarten. Aber das Hindernis besteht nur darin, dass ich hier nicht so einfach runterkomme. Dann gehe ich mal ein Stückchen nach da hinten und werde mal gucken, ob ich da von dem Wächt hier runterkomme. Also so Schneeüberhänge nennt man Wächten. Da hinten kann man es schön sehen. Das ist halt nur ein ganz kleiner. Meiner hier ist natürlich deutlich größer. Ich will auch mal so eine Stelle dokumentieren. Die kommen eigentlich so alle paar hundert Meter sowas in der Richtung. Da braucht man dann halt einfach ein bisschen Erfahrung, dass man sowas sieht und sofort weiß, wie komme ich da rüber, wie geht das am besten. Am besten ist hier entlang, da runter, auf den Stein, den Stein rüber. Ist hier jetzt noch relativ eindeutig. Da gibt es deutlich kompliziertere Stellen. Teilweise musste ich auch schon ein ganzes Stück den Flusslauf hochlaufen, um die Stelle zu finden, wo man rüberkommt. Oft gibt es auch Stellen, da denkt man sich dann wieder, ja scheiße, irgendeine kleine Person oder jemand ohne Stöcke kommt hier jetzt gar nicht rüber. Man kann mit Stöcken durch Stockhochsprung quasi deutlich weiter springen und eine kleine Person schafft halt auch nicht so die Distanzen, wie ich das mit meinem 1,90 hinbekomme. Also mitunter ist es halt echt hier draußen Tatsache, wenn du ein kleiner Knilch bist oder eine Knilchin, dann hast du halt Nachteile. Das ist so. Das kann man einfach nicht bestreiten. Diskriminierung ist in der Natur ganz normal. Man muss schon eine gewisse körperliche Eignung mitbringen für so eine Tour. So, ich bin jetzt zum ersten Mal, seit ich unterwegs bin, im Provermodus. Heißt, ich komme gerade mit gut 5 kmh durch die Landschaft. Ich bin hochkonzentriert, bewege mich sehr effizient, werde nicht müde, mir tut nichts weh. Ich kann gerade so richtig Strecke machen und genieße das jetzt total. Das ist der Grund, weshalb ich hier bin. So Etappen, wo man dann auch Kraft hat und sich nicht im Schneckenmodus durch die Gegend schleppt, das macht richtig Spaß. Das habe ich nur so alle paar Tage mal so eine richtige Phase, wo ich von Kraft nur so strotze. Jetzt ist es soweit und das werde ich jetzt ein bisschen ausnutzen. Jo, und hier ist erst mal Schluss mit schnell vorwärts kommen. Gibt es auch in mehrerer Reichweite. Nichts, was so aussieht, als ob man da drüber hüpfen könnte. Vielleicht ganz da hinten. Ich glaube aber, dass ich mit den Steinen, die hier drin liegen und Stöcken, ohne Stöcke wäre das nicht möglich, noch einigermaßen trockenen Fußes durchkomme. Na ja, ich versuche es mal, wenn es nicht geklappt hat, habt ihr was zu lachen.